Ich erzähle euch jetzt, was ich in Islamabad hier gemacht habe. Also wir haben erst auf dem Grab, Khalifa Nabi, haben wir erst wahr gemacht. Und danach sind wir auf Jesus Pferde geritten. Und ich bin auf Shikila geritten, das war auch einer von Jesus Pferden. Und es hat mir besonders Spaß gemacht und es war halt ein schönes Erlebnis. Und ich konnte Jesus Pferde genauer betrachten. Und danach hatten wir eine Sitzung mit Osman Jinisa. Und der hat uns erzählt, was er in seinem Leben erlebt hat. Und ich fand das halt auch interessant, weil der halt, das war halt auch spannend, weil ich konnte halt auch herausfinden, was der alles so erlebt hat. Und dann haben wir ja zusammen gegessen. Und ja, ich weiß nicht. Wir sind zu Roy Pawlik gegangen und haben dort gebetet. Dort hat auch der Muslimat gebetet. Und das ist ein riesiges Gebäude, das ist auch so wie eine Moschee. Und da haben wir halt gebetet. Gebetet.